Das sieht ja aus wie ich. Alter, ernsthaft? Ey, warte mal ganz kurz. Koben hat mir... War das von Koben? Hat Koben mir grad die Nachricht geschrieben? Ja, Mann, ich hab wirklich Doppelgänger. Ey, ob es klopft oder nicht. Aber ich müsste das mal eben ganz kurz angucken. Wo ist meine Message? Inbox. Warte mal, ich muss euch das zeigen. Ey, das ist ja der Hammer. Das gibt's ja gar nicht. Ey, warte mal, das müsst ihr euch angucken, Mann. Warte mal, Alex, bleib noch ganz kurz hier. Das ist der Hammer. Das gibt's ja gar nicht. Ich hab echt Doppelgänger, Mann. Ich schwör dir, Mann, wenn du mir das so gezeigt hast, so als Foto oder so, hätte ich echt sein können. Hier, pass auf. Guck dir mal den Typen an, da. Der sieht doch aus wie ich. Das ist kein Witz, Mann. Ernsthaft? Genau so hänge ich doch auch immer rum. Das gibt's doch gar nicht. Guck mal, wenn ich so... Wenn ich so... Und... Guck mal, das ist doch original meine Fresse. Das kann doch nicht angehen. Das gibt's doch gar nicht. Ich schwör dir, aber das bin ich nicht. Das gibt's nicht. Ey, ernsthaft, Mann. Ein zweiter Basti. Ey, das kann doch nicht angehen. Ey, ich schwör dir, Mann. Das... Das sieht wirklich aus wie ich. Die haben mir mein Gesicht geklaut und vervielfältigt. Das ist echt kein Witz, Mann. Ohne Scheiß. Das ist... Irgendjemand muss das irgendwie so abge... Wahrscheinlich bin ich nachts von Auslösern entführt worden. Die haben dann eine billige Raubkopie gemacht. Irgendwie von meinem Gesicht an. Und jetzt läuft hier überall so ein Typ mit meiner Fresse rum und legt auf und macht irgendeinen Scheiß, ey. Das kann ja auch nicht angehen. Das kann echt nicht angehen. Das... Ich schwör's euch. Das bin ich nicht. Ich hab in meinem ganzen Leben noch nie aufgelegt, ey. Und dann auch auf so einem Hippie-Festival. Guck dir mal hier an. Obwohl... Vielleicht mach ich mich das doch. Das kann doch nicht angehen. Ich wurde geklont, ey. Ernsthaft. Ich will echt jetzt... Dein verschollener Zwilling, ey. Ey, ich muss echt mal meine Mutter anrufen, Alter. Ob da irgendwie... Also, das kann doch nicht sein. Oder Papa... Nee, Papa kann ich mir anrufen. Aber das... Wahrscheinlich legt er auch noch Scheißmusik auf. Mal hören, was das für Musik ist. Der sieht original aus wie ich, Mann. Nimm die Brille ab, Alter. Zeig dich. Wer bist du? Wer ist das? Solomon. Solomon Boiler. Wer ist das? Ey, guck mal. Wenn ich jetzt so mich hier so hinstelle, so. Ein bisschen so in den Turntables. Eins-zu-eins-Kopie. Das ist echt creepy, ey. Auch so mit den... Mit den Haaren und so mit den Locken, Alter. Legst du... Legst du mit dem Puffi bei mir auf? Nein, klar, Mann. Auf jeden Fall, Kuben, ey. Ey, ohne Scheiß, Kuben. Danke, dass du mir das geschickt hast. Solomon Boiler. Aber scheint ja zumindest ein sympathischer Typ zu sein. Da habe ich ja Glück, dass meine Doppelgänger zumindest einigermaßen kreative Berufe ausüben und nicht irgendwie... ...Metzger sind oder... ...womöglich sogar Nazis oder weiß man nicht genau. Das kann nicht angehen. Die Welt ist schlecht. Erst die Sache mit dem Wendler und jetzt kommt hier noch so ein DJ daher. Das ist... Ich glaube auch. Ey, ohne Scheiß. Ich höre mir das nachher nochmal an. Ich glaube, da hat irgendjemand echt Scheiße mit meinem Gesicht gebaut. Irgendjemand muss das... Das muss irgendwo in Asien oder so... Muss das billig. Wahrscheinlich von irgendwelchen Kindern, die das halt so mit den Füßen irgendwie zurechtkneten oder sowas. Keine Ahnung, ey. Das kann nicht angehen. Das muss ja 6-8cm sein. Das muss ja 9-1cm sein.